Hallo und gesegnet zu Tropico 4 Modern Times. Mit einer Menge Verhaftungen. Aber im Moment schaut es gut aus. Noch 11 Monate. 360. Index. Ja, dann müssen wir das auf jeden Fall ändern. Zwei Präsidentenmuseen. Sehe ich auch so. So, braucht es auf jeden Fall. So, was braucht es noch? Das ist eh unterhalten, das passt. Religionsqualität sollte auch steigen. Gesundheitswesen, genau, da wollte ich eine Klinik bauen. Ah, ein Krankenhaus bauen. Habe ich eigentlich das Zollamt gebaut? Ja, zwar nichts überbesetzt, aber okay. Noch mehr Tee. Ah, das ist jetzt inzwischen da rüben die Aufgabe. So, wir brauchen mehr Arbeiter für die Konservenfabriken. Eindeutig. Ja, im Moment schaut es gut aus. Eigentlich überhaupt keine Probleme. Das sollte jetzt alles steigen. Das sind nur noch die Arbeitsbedingungen, wo man feilen kann. Da werden wir einfach ein bisschen übermäßig viel zahlen. Haben sie sich auch mal verdient. Und den zahlen wir sowieso am meisten. Damit sie auch hier brav arbeiten gehen. Arbeitsbedingung 55, ja okay. Also die Gebäudepreise steigen um 20%. Touristen interessieren mich eher weniger. Okay, ich denke, das geht sich aus. Müssen wir vermutlich keine zusätzliche Aufgabe mehr annehmen. Gefängnisse sind... Okay, nicht voll. Da sind immer die Gefangenen vom Glitch wieder entlassen worden. Nämlich an, Ruhm exportieren. Ich habe einen Geheimauftrag für Sie genommen. Aber im Moment nicht. So, wieder acht neue Einwanderer. Was haben wir da noch? Renovieren Sie den Palast. Das nehme ich mal an. Ah, das ist ja wieder die Aufgabe, die ich jetzt mal nicht fertig bekommen habe. Naja, schauen wir mal. So, jetzt die zwei Monate noch abwarten und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Geld haben wir mal genug. Brauchen wir auf jeden Fall noch Wohnungen. Schaut aus mit Strom. Kann man auch mal nachlegen. Ah, Ertragspflanzen sehe ich. Sind eigentlich gar nicht gut, wenn wir eher auf Nutzpflanzen umstellen. Präsidente, ich bitte Sie freundlichst, uns im Kampf gegen den weltweiten Wahn zu helfen, der alle im Griff hat. So, mit Hilfe Ihres Freundes Dr. Steinschneider bauen wir ein scharf gesteuertes Gerät zur Gedankenkontrolle. Es wäre super toll, wenn Sie uns helfen würden. Sie haben keine Schafe, aber Ihre Loyalisten dienen grundsätzlich denselben Zweck. Nett. Loyalisten erhält man durch Alessia Nationalfeiertag, Ideologiebuch und andere und Gebäude wie die ewige Flamme und die goldene Statue. Okay, dann heißt es jetzt Loyalisten sammeln und entsprechend schlagen wir da mal zu beim Nationalfeiertag. Nationalfeiertag und beim Ideologiebuch, schauen wir mal, alle dummen Leute werden sie für die drei nächsten Jahre nicht, äh, bis zu zehn Loyalisten. Hansi, bei der Intellektuellen Sink geringfügig, passt, aktivieren wir. Oh, haben wir schon 22, nicht schlecht. Die ewige Flamme, Attraktion ohne Servicegebühr, ja, aber sorgt für Loyalisten, dann werden wir die aufstellen. Wohin ist die Frage? Macht sie vielleicht da oben ganz nett. Ah, direkt neben dem Solarkraftwerk, ja, egal. Patriotismus ist in Tropico stets kostenlos, sehe ich auch so. Da schaut es gut aus. Sehr gut. Klinik ist auch schon in Betrieb, super. Weil gerade so schlecht das Wetter ist, äh, oh, Parka ist überlastet, müssen wir uns auch anschauen. Weil gerade so schlecht das Wetter ist, hoppala, hätte ich mir gedacht, baue mal eventuell eine, ah, Metro-Stationen, genau, die ich ganz vergessen, die gibt es ja jetzt auch. Haben wir Metro-Stationen? Warum nicht? Sparen wir uns ein bisschen was bei den Parkhäusern. Ah, eigentlich wollte ich ja ganz was anderes machen, nämlich eine... Finde ich es wieder nicht. Immer schön bedeckt halten, die Wetterstation. So, ich habe mein ganzes Geld ausgegeben, aber... Soll gleich wieder kommen. Ah, Fuhrparkbüro wäre auch gefragt. Ja, Menge Aufträge. So, die ewige Flamme ist mal fertig. Ich glaube, das wird sich dann hoffentlich in absehbarer Zeit erledigen. So, Exporte. 85.000, nicht schlecht. Da wird halbwegs fleissig gearbeitet, das ist gut. Überall sind stinkende, eklige... Ja, so schlimm ist es gar nicht mit der Umwelt diesmal, wie ich finde. Könnte man aber durchaus auf Recycling umschalten. Also, Fuhrparkbüro gibt es da oben dann weitere Metro-Stationen. So, da noch eine. Oh, die wird... Puh, ganz schön teuer. Steigt das irgendwie mit jedem, das man baut, kann das sein? Naja, okay. Öl hatte ich mal in der Mission nicht vor. Bauen sie einen Wachposten... Bauen sie drei neue Wachposten. Okay, das ist viel. Jetzt mal die ganzen anderen Sachen fertig bauen lassen vorher. Ich hoffe mal, dass wir mit den Metro-Stationen uns eventuell ein bisschen die... die Parkhäuser sparen. Ganz schön teuer. Nicht gleich... Ah, die Wetter-Station habe ich noch vergessen. Bauen wir zum Beispiel ins Tsunami-freie Gebiet. So, baut's, baut's, baut's. Die Leute sind eh super glücklich. Ex-Boote haben wir auch in Massen. So, jetzt sind schon 23 Loyalisten. Die ewige Flamme ist auch gut besucht. Es ist zwar jetzt kein Park, also nichts in der Nähe, aber egal. Präsidenten-Museum... Können wir da auch irgendwas anpassen, glaube ich nicht. So, Bildungstechnisch hat es immer noch gut. Da ist gar keine Grundschule gebaut, dieses Mal. Aber egal. Eigentlich fehlt mir nicht. Herr Präsident, wir sind sehr dank... 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 25 Bürger verlassen Tropico. Ja, unsere Loyalisten in dem Fall. Hab ich jetzt irgendwas verpasst? Ah. Anscheinend hat das Konklave-Botschafter Crane durch ein Robot ersetzt. Mit Hilfe eines scharf gesteuerten Geräts zur Gedankenkontrolle werden sie die Welt untergehen lassen. Ich erfinde ein ziegengesteuertes Gerät, um dagegen zu halten. Aber ich brauche ihre Hilfe. Wir brauchen Ziegen oder Rebellen. Das ist egal. Ich werde verschiedene Gruppen kontaktieren, die uns mit Rebellen helfen können. Sie brauchen 12 Bio-Ranges und einen Rebellen. Okay, den Rebellen haben wir schon. Das heißt... Wir bauen jetzt Bio-Ranges. Und zwar eine ganze Menge, so wie es ausschaut. 12 Stück gleich, okay. Bio-Range. Ja, man... Da werde ich jetzt relativ wenig Rücksicht da nehmen auf... ...aufs Gelände. Das ist eigentlich der Hotkey für die Ranch. Ich habe keine Ahnung. 12 ist eine große Menge. So, da lassen wir mal Platz im Parkhaus. Gehe ich mal 6 in Auftrag. 6 Stück und dann schauen wir weiter. Da muss erst einmal alles gebaut werden. So, was haben wir denn da jetzt alles? Noch mehr Tee. Die 66%. Wir sind die 66,66667%. Wir versuchen im Moment in die oberen 80er zu gelangen. Egal. Wir sind die Mehrheit. Wir können die Gier der Unternehmen überall auf der Welt aufhalten. Leider haben sie noch nichts, was wir für einen Protest brauchen. Und wir expandieren gerade nach Übersee. Bauen Sie bitte eine Börse, damit Sie protestieren dürfen. Zwei Rebellen kommen jetzt auf die Insel, bis sie eine Börse haben. Moment. Muss ich das jetzt annehmen und dann kommen zwei, bis ich eine Börse habe? Vermutlich. Ich brauche aber keine. Ich habe schon welche. So, was soll man da noch alles? Rebellen kaufen. Presidente, hier mein brandneues Angebot. Brauche ich auch nicht. Ich habe ja schon Rebellen. Dankeschön. Brauche eher Bio-Ranges. Ja, Pech. Ja, eigentlich die ganzen Aufgaben, die da jetzt rumfliegen, brauche ich alle irgendwie nicht. Mir geht es eigentlich bestens. Der Index ist auch noch okay. Ja, von dem her. Ablehnen mag ich sie jetzt auch nicht. Wer weiß, vielleicht brauche ich es noch für irgendwas. Jetzt werden wir den Exporten halt im Moment nicht so viel verdienen, aber sollte kein Problem sein. Ich habe bei allen Medien einen Bericht über sie veröffentlichen lassen, der es für die aktuelle Lage verantwortlich macht, damit sie lernen, so zu leiden, wie alle. Alle Länder, das sollten. Die Rebellen greifen alle zwei Jahre ihre Wirtschaftsgebäude an, okay. So, dann machen wir jetzt folgendes. Wir haben eh noch eine Menge Arbeitslose. Wir geben jetzt richtig Gas mit Baubüros. Was machen die eigentlich gerade? Baubüros. Sehr gut. Das wollte ich lesen. Okay. Ja. Die ganzen Bio-Ranges. So, wenn wir die restlichen auch noch gleich in Auftrag geben. Warum nicht? Ja, die würden sich da unten eigentlich noch besser machen, sehe ich gerade. Dann machen wir das auch so. Hälfte oben, Hälfte unten. So. Fünf und sechs. Da hat hoffentlich noch ein Parkhausplatz. Sehr gut. Und bauen, 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 bauen. Bitte. Metro-Station. Naja, okay. Von mir aus. Ich glaube, ich brauchte halt die Flank zum Bauen. Heißt eh nicht schlecht. Dann kommen die Leute ein bisschen schneller von A nach B. Es fehlt uns an Arbeitskräften auf dieser Insel. Wirklich? Ich habe mich da vorher verschaut. Da habe ich eigentlich gedacht, wir hätten mehr als genug, nur nicht gebildet. Zwölf Arbeitslose, 13 offene Arbeitsplätze. Ein Obdachloser, das geht ja noch. Verstehen wir denn mit China? Einfach so aus Prinzip mal schauen. Ausgezeichnet. Ah, sie ist schon wieder weg. So, jetzt. Ja gut, die Wetterstation, die stelle ich auch noch auf hohe Priorität. Das könnte lohnen. Das können wir auch fertig bauen. So, was haben wir da? USA-Export inklusive Konserven. Nehmen wir gleich an. 2000. Puh, viel. Ja, auch nie angeschaut. Die Zusatzeinstellungen bei der Metrostation sind ja auch ganz witzig. Tourismusindex erhöhen, Tourismusindex senken. Dafür Immigranten. So, da werden wir jetzt nicht geizig sein und gleich alles kaufen, dass wir da vorbereitet sind. Handelspreise steigen, super. So, Fuhrparkbüro ist auch eröffnet. Exporte haben wir in Massen. Ja, und das wäre jetzt der Moment, wo ich sage, so, Schnellbau, weil ich habe das Geld und ich mag nicht warten. Und in dem Fall macht es auch keinen Sinn. Es ist wirklich nur warten. Ist keine zusätzliche Schwierigkeit, nicht den Schnellbau zu verwenden, weil, ja, Geld ist einfach da. Die Kursbilanz ist im grünen Bereich. Scheinbar platzen unsere Tresore aus allen Nähten. Das Geld hat scheinbar eine prima Zeit in unserer Staatskasse. Es vermehrt sich wie wild. Ja, eigentlich nur an Unterhaltung scheitert es ein bisschen. Ja. Man schaut sich den Kontostand an. Was mache ich mit dem Geld außer Schnellbau? Mein lieber Präsident. Aber langsam wird es eh fertig. Dann warte ich das ab. Okay. Baubüros haben wir eh drei Stück. Dann soll das halbwegs schnell gehen. Der Rest ist ja fertig. Und falls die Mission dann nicht eh bald vorbei ist, bauen wir wieder Wohnungen und Unterhaltung möchte ich auch noch machen, weil wenn wir jetzt hier schon so super gut unterwegs sind, weißt du jetzt die Unterhaltung natürlich auch noch in den grünen Bereich bekommen. Keine Frage. So, drei sind fertig. Okay. Ah, die werden da unten. Ah, nein, das war eh der einzige grünige Bereich. Und auch dahinter, hinter dem Vulkan ist vielleicht auch geeignet. Ah, da wäre noch... Ah, zu hügelig. Na, da passt eh die Verteilung. Ja. Was machen wir mit den Bio-Ranges? Ah, da kann man gar nichts einstellen. Hat sich die Frage erledigt. Jetzt habe ich schon 250.000. Geld muss raus. Soll ich noch mal eine Steuersenkung machen? Ja. So, vier Ranches. Ja, noch eine Konservenfabrik. Aber wenn ich auf den Kontostand schaue, glaube ich, brauchen wir das eher nicht. So, jetzt wird an der gearbeitet. Sehr gut. Die ist auch fertig. Gleich geschafft. So, Kriminelle. Sollen wir in der Zwischenzeit ein paar Kriminelle verhaften? Können wir eigentlich machen? Was haben wir denn? Ja. Gefängiskapazität haben wir. Was brauchen wir? Und Rebellen. Wie viele haben wir eigentlich Rebellen? Gute Frage. 20.000 aufs Schweizer Bankkonto. Also die Nebenaufgabe, die werde ich vermutlich nicht mehr schaffen. Trotzdem würde ich sagen, stellen wir mal... Die Einnahmen des Präsidentenmuseums zumindestens mal für das Schweizer Bankkonto. Vielleicht kommt ja noch irgendeine Nebenaufgabe. Die möchte ich gerne mal fertig machen. Bin gespannt, was da die nächsten Schritte wären. So, wieder vier neue Einwanderer. Ich gebe es mal zumindest schon in Auftrag. Sportkomplex. Wir haben es ja. Wir haben es ja. Alles mit niedriger Priorität. Und die war es aber mit hoher. So, wir sind jetzt fertig. Acht Stück. Äh, sieben Stück plus der Rebell. Schlecht hat er zugezählt. Wenigstens arbeiten meine Leute, wenn es regnet. So. Ja, komm, wir haben das Geld. Das muss raus. Von dem her kein Problem. Ja, das läppert sich auch ein bisschen zusammen mit den Besuchen im Präsidentenmuseum. Allerdings wird es wirklich eine Ewigkeit dauern. Und bitte keine so Challenges anbieten oder vorschlagen wie, erfüll alle Nebenmissionen, bevor die Hauptmission erfüllt ist. Weil unnötig in die Länge ziehen will ich es auch nicht. Ich bin da und so am Schnellbau-Button. Aber nein, nein, nein. Ich verwende ihn nicht. Okay. Sehr schön. Gleich geschafft. Bin ich gespannt, wie es weitergeht. Vor allem jetzt wäre Zeit für eine Pause gleich mal wieder. Schauen wir mal. Ob wir die machen oder ob wir durchspielen. Präsident, wir brauchen mehr Energie. Laut meinen Berechnungen liegt ihr Energielevel über 9000. Die statische Elektrizität meiner Katzen reicht nicht mehr. Wir brauchen viel Strom. Ja, Solaranlagen generieren sie 1000 Megawatt. Okay. Sollte jetzt eigentlich nicht so das Problem sein, würde ich sagen. Hier verschafft er jetzt eine Anlage 400. Dann brauchen wir noch zwei. So. Jetzt ist die Frage, soll ich jetzt eine Pause machen oder nicht? Ja, mache ich eine. Und falls die nächste Folge zu kurz ist, sprich nur ein paar Minuten, hänge ich sie einfach an diese direkt hinten dran. Das heißt, ich verabschiede mich jetzt und dafür begrüße ich euch dann in ein paar Sekunden wieder. Also dann, alles Liebe, alles Gute, bis zum nächsten Mal, tschüss, ciao, vierdenk und baba. Hallo und gehe jetzt zurück zu Tropico 4 Modern Times. Wir sind gerade bei, ein bisschen Strom zu produzieren. Und, falls es euch interessiert, das Spiel ist wieder abgestürzt. Und zwar in etwa ein, zwei Minuten, nachdem ich hier diese Aufnahme gestartet habe. Und es ist wieder alles weg. Das Profil ist wieder kaputt. Und, ja, ein bisschen anstrengend, seltsam. Das war echt früher nicht. Das ist jetzt zweimal hintereinander. Bisschen auffällig. Keine Ahnung, an was es liegt. Ah, Verteidigungsminister gestorben. Ja, das letzte Mal auch schon. Also, in der vorherigen Aufnahme. Ja, was soll ich machen? Und zwar ist es abgeschmiert, wo die Aufgabe mit der Elektrizität fertig war. Da hat sich der Penultimo gemeldet. Und dann Peng, Spiel, Weg. Profil, auch Weg. Präsident, unser Außenminister hat einen diplomatischen Zwischenfall provoziert. Er hat bei einer Sushi-Party des japanischen Botschafters eine Gabel benutzt. Feuern Sie Mächte oder die Beziehung zu allen Mächten fällt um 10. Wisst ihr was? Der soll seinen Job behalten. Das ist mir jetzt egal. So, Strom. Präsident, beide Geräte zur Gedankenkontrolle wurden zerstört. Der verrückte Wissenschaftler ist dabei umgekommen. Er hat uns in der Vergangenheit viel geholfen. Das ist ein großer Verlust. Das amerikanische Oberkommando wurde vom Einfluss des Konklaves befreit. Im Kampf gegen das Konklave haben sie uns ihre Treue geschworen. Ja, und der verrückte Wissenschaftler gestorben. Schade, schade, der wird mir fehlen. Ah, super. Und es ist natürlich vorbei. Diese bösen Organisationen und die ultimativen Waffen. Ich bin vielleicht ein Diktator. Aber ich erkenne keinen Sinn darin, viel Geld für ein bestenfalls fragwürdiges Ergebnis zu investieren. Das Konklave hat sein neues Spielzeug eingesetzt, um die USA zum Auslösen des Dritten Weltkriegs zu zwingen. Ein Gerät zur Gedankenkontrolle. Dank des brillanten Dr. Steinschneider konnten wir die Konklave letztendlich zerstören. Leider hat die Explosion auch das Leben des guten Doktors gefordert. Er war ein seltsamer, aber mächtiger Verbündeter. Wir werden ihn vermissen. Ja, werde ich auch. Und da die Mission, äh, die Aufnahme jetzt so super schnell vorbei war, hänge ich das natürlich an, direkt an die letzte. Zwei-Minuten-Part wäre ein bisschen heftig. Ja, kurze Zusammenfassung. Hat mir sehr gut gefallen, die Mission. War im Endeffekt dann nicht allzu schwer, aber mit den Challenges, mit den selbst auferlegten, zwischen den auch mal spannend. Passt. Freue ich mich auf jeden Fall auf die nächste. Wünsche alles Liebe und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, pfierdänk. Und baba.